Wie war mit? Hey Leute, was geht ab? Hier ist hier euer Lilpolars mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar reagiere ich heute mal wieder auf Maxify, der neue Rank-Modus in Fortnite mit Fix. Wenn ihr schon mal nichts verpassen wollt, geht den Abo-Button und Glocker aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Geld dann rum da lassen, würde mich ebenso freuen, Leute. Und ja, es ist an der Stelle auch für mich tatsächlich vorbei mit der FN. Bin aufs FN rausgequittet, ich hab keinen Bock mehr. Und das wird sich wahrscheinlich auch jetzt erstmal nicht ändern, da ich sowieso schon gebrochen bin. Ich hab heute mal wieder gegen jemanden verloren. Ich wurde die ganze Zeit weggeschittet, das neue Rank-System ist mir auch etwas zu krank drauf und so weiter. Und ich habe einfach keine Lust mehr. Ganz einfache Geschichte. Ihr braucht mich nicht alle fragen, warum. Es ist halt einfach so, respektiert einfach die Meinung von mir, dass ich einfach keinen Bock mehr hab. Und dass ich auch nicht mehr in Ranked jetzt zurückkommen werde. Egal, ob es FN-Ranked ist oder FN an sich. Ich werde jetzt nicht für immer quitten, aber ich werde jetzt erstmal wirklich eine Zeit lang erstmal quitten. Ich bin jetzt erstmal eine Zeit lang raus und keine Ahnung. Vielleicht die nächsten zwei bis drei Wochen bin ich wieder drin, wenn was Spannendes passieren sollte. Aber ich habe einfach keine Lust mehr. Mir reicht's. Vielleicht gehe ich auch mal spontan wieder rein, wenn ich wieder Bock habe, aber dieses Wochenende auf jeden Fall nicht. Ich werde dieses Wochenende überhaupt kein Fortnite zocken. Werde ich mir nicht antun. Es ist mir einfach viel zu viel gewesen. Vom Ranked angefangen bis jetzt Competitive. Es ist mir einfach zu viel geworden. Ich habe einfach überhaupt keine Lust mehr. Natürlich, für euch wird weiterhin gelten. Ihr werdet eure Belohnung natürlich, beziehungsweise ihr werdet, wenn wir die tausend Abonnenten bekommen, werden trotzdem zwei Zuschauer von mir die Möglichkeit haben, tausend Rebugs für den nächsten Battle Pass zu bekommen. Werde ich auf jeden Fall trotzdem noch mit reinnehmen auf Ehre. Es heißt jetzt nicht, dass ich euch was wegnehmen werde oder euch nicht die Chance geben werde, dass ihr was kriegt. Auf jeden Fall. Zweimal der Zuschauer werden auf jeden Fall was bekommen. Jonas, mit dem ich normalerweise zock, wird aber nichts bekommen. Der wird nicht nochmal tausend Bebugs obendrauf bekommen. Weil mit dem habe ich heute was gemacht. Der hat was, der kriegt jetzt was. Und das Ding ist, ich sehe es nicht ein, jemanden, der schon was kriegt, nochmal was zu geben. Deswegen wird es jemand anderes bekommen. Es wird ein anderer Zuschauer von mir bekommen. Wer es sein wird, werden wir sehen. Ich werde mir jemanden aussuchen. Deswegen schreibt auch fleißig Kommentare auf jeden Fall. Da sehe ich, dass ihr es ernst meint und dass ihr wirklich das haben wollt. Und dass ihr auch. Aber das werden natürlich auch nur Leute bekommen, die wirklich nett sind. Die auch gerne das wollen und auch Fortnite wirklich fühlen. Das heißt jetzt nicht auf gut Deutsch gesagt, dass es einfach irgendein Random bekommen wird, der, keine Ahnung, nur einmal auf den Kanal guckt und sich die Videos aber gar nicht anguckt. Und dann hier, was weiß ich, diesen tausend Bebugs abstaubt und dann einfach wieder geht und sagt, tschüss, ich bin jetzt wieder weg und so weiter. So wird das Ganze auch natürlich nicht laufen, na damit ihr Bescheid wisst. Ja. Aber ich würde sagen, ich labere jetzt auch nicht mehr so lange drum rum. Wir gehen auch direkt rein und let's work. Unter mir, genau unter mir. Maxify, einer der... Fabin, habin, habin. Nice. Da kommt noch einer. Einer der besten Spieler in FN. Mein Kind. Fabin, hier bei mir. Maxify, auf jeden Fall der... Fabin, so eine kleine Zone. Nice, gut job. 50. By the way, Maxify auch einer derjenigen, der safe bei FN CS mitspielen könnte. Ist wirklich so, von dem sein Skill Level her... Boah. 50. 1, 1, 1. Der ist einfach viel zu krass drauf, der Ball. Der andere ist 1, der andere ist 1. Kaut mir ein Bild rein. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Fortnite. Yo, Leute, willkommen zu einem neuen Update in Fortnite zusammen mit FIX. Hallo, das bin ich. Und Leute, wir spielen heute den neuen Rank-Modus in Fortnite. Der ist nämlich neu. Eigentlich gefühlt, glaube ich, wie der andere. Obwohl nicht ganz, oder? Ja, er ist schon cooler, würde ich sagen, als der andere. Ja. Das Besondere an diesem Rank-Modus ist, man kriegt kein Leben mehr pro Kill. Man kriegt auch keine Mets. Wir spielen so oder so, ohne Bauen gerade. Ja. Ich will mit dir ein neues Projekt starten, okay? Ein neues Projekt mit mir? Mhm. Okay. Und zwar, dass wir jeden Tag versuchen, ein Rank höher aufzusteigen, als der, der wir sind. Am Tag? Ja. Bro, bist du krank? Warte, warte. Können wir nach hinten? Können wir nach hinten, ja. Es gibt halt die Ränge Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant, Elite. Für viele, die es nicht wissen, ich bin momentan in der Gold-Liga tatsächlich in Gold 2. Weil ich wollte eigentlich Platin oder vielleicht auch, äh, ja. Warte mal. Kommt Platin nach Diamant? Oder habe ich das gesehen? Ne. Platin, Diamant, ja, okay. Ne, ich wollte eigentlich zu Platin kommen. Aber das hat dann doch nicht ganz funktioniert. Und zwar, vielleicht hätte ich mich auch auf Diamant hochzocken wollen. Aber ich glaube, das ist momentan einfach viel zu sehr verschwitzt. Ich bleib also in der Gold-Liga mit meinen 12%. Und ich werde jetzt auch erstmal nicht mehr weiterzocken. Egal, ob es Ranked ist oder Competitive an sich. Ich bin aus Fortnite raus. Ich hab keinen Bock mehr. Champion und Unreal. Und du willst von Champion auf Unreal in einem Tag machen? Von Bronze, ja. Okay, wenn du meinst. Ey, du wirst doch safe höher eingerankt. Bist du alleine da, ist bei dir wer? Ich wurde gesniped. Echt jetzt? Oh mein Gott, ich wurde gesniped. Das wird ja was. Gefühlt sind das die Bronze-Lobbys gerade. Du musst mich safen, der kommt hier. Ich hol deine Karte gleich. Ich hab erste Runde, ich hab schon verkackt gehabt. Du brauch halt Waffen, weißt du? Ja, meine Tastaturbelegung war komplett erst noch. Vielleicht glaub, die kämpfen halt hier noch, ne? Ja. Da oben sind sie, glaub ich. Chilligfix, dass du mich direkt verlässt hier. Es tut mir leid, Bro. Erste Rank-Runde, wir dürfen nicht verkacken so hart. Okay. Oh mein Gott, warum schießt der? Ja, nee. Ich geh erst mal weg. Ja, geh durch. So, hier rebooten wird schwer. Hier, ich geb ja sogar zu looten gerade. Aber mit das Fixen natürlich, musst du dich umbringen da. Du hättest einfach zu meinem Haus kommen können. Hat doch auch nix abgeführt. Da wär's, war ja viel besser gewesen. Ja, mein, mein Ding war shit. Aber alles gut, Fix. Wir holen das, wir werden ordentlich noch was reißen in der Runde. Ich spür das. Außer, du hast einen Lambi, merkst du das mal bitte? Okay, ich merk's mir. Fuhren wir gleich. Vor allem der Dings, vor allem, äh, man muss sich vorstellen, denn der hat noch vorher so zu mir gesagt, also Jonas hat vorher zu mir gesagt, ja ey, Polaris, komm, lass doch, äh, Dings zocken. Lass doch noch weiter Rank zocken. Ich hab zu ihm gesagt, nee, Digi, ich hab einfach keinen Bock mehr. Und das ist jetzt nicht, weil ich die Wette gegen ihn verloren hab. Es ist allgemein so, dass ich einfach keinen Bock mehr hab. Ich, ich wurde erst in Rank so richtig hart, die letzten, äh, gestern, als ich mich eingerankt hab, quasi, wo das Update war. Oder war das gestern? Ja, gestern war's. Äh, eingerankt hab, da hab ich erst mal schon Nasenbluten gehabt, weil das ging immer rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Und das ist immer die ganze Zeit, ich wurde aber nicht besser, ich wurde immer schlechter. Und ich wurde auch immer von den Leuten immer mehr geschittet. Hab ich mir halt so gefragt, Digi, was ist das eigentlich? Und dann, äh, irgendwann hab ich dann jetzt halt gesagt, gestern Abend, nee, ich mach nicht mehr weiter. Ich zock nicht mehr weiter, ich will nicht mehr, gar nichts. Und, ähm, ja, so ging's mir dann heute auch. Und, keine Ahnung, nachdem ich erst mal in Arena so richtig hart reingeschissen hatte, und dann noch die Wette verloren hatte, dann war eigentlich bei mir alles schon vorbei. Wollte ich einfach nur noch aus dem Spiel raus, ich wollte gar nicht mehr. Und, äh, es ist zwar bitter, dass ich das, dass ich jemals sowas sagen tue oder sagen könnte, viele werden sich jetzt so denken, hey, Polaris, wir kennen dich doch, du bist, du hast Fortnite doch immer so gefühlt und alles. Warum tust du Fortnite jetzt einfach links liegen lassen und so weiter? Seht's mir nicht übel an, aber Fortnite hat sich so hart stark verändert, Attack- und Titan-Waffen, Laser-Schwerter, ähm, was weiß ich noch, was alles drin ist. Dieses komische, äh, Schwert, diese Schwertbombe da. Und noch viele andere Dinge, die mir gerade wahrscheinlich nicht einfallen werden, wie die, ähm, wie heißt sie, die A-Bog, oder, äh, ja, die A-Bog, die ist auch komplett OP, du kannst einen Gegner wirklich mit ein, zwei Schüssen wegquitten, und das war's, wenn du gutes Aim hast. Und das ist halt das, was mich inzwischen so richtig hart stört und alles. Oder die Leute kommen her mit dem Lasergewehr, äh, viele werden sich noch an das Lasergewehr aus Season... 8, Chapter 2 erinnern, was man bei den Aliens bekommen hat, quasi, das so richtig sprayt, so richtig ekelhaft. Das ist natürlich ja auch noch mit im Spiel, und das ist mir viel, äh, viel zu viel rumgesprayet, viel, viel zu viel, äh, dagegen gebaue, was man da machen muss. Und das Ding ist halt, selbst wenn ich dagegen baue, die Leute, die shitten mich trotzdem weg, wie bis zum geht nicht mehr. Und das Katana. Das Katana hab ich auch vergessen zu erwähnen. Das Katana und so weiter, die ganzen Mächte, die noch mit drin sind, das ist mir einfach viel zu viel momentan. Und, ganz ehrlich, Fortnite hat meines Ermessens nach ziemlich übertrieben, und es ist einfach nicht mehr überschaubar. Außerdem kriegst du nicht wirklich Leute, die auf deinem Niveau sind, was ich komplett einen Schwachsinn finde. Und deswegen, also, ich bin da komplett am Ende. Ich kann da echt nicht mehr. Aber wir schauen weiter. Wo kann ich dich am besten hier bieten? Äh, hier rechts, bei der Tankstelle. Ja, okay, wir versuchen. Oh, da ist jemand. Naja. Weil für Maxi feist es halt gar kein Problem, der schafft es halt. Wie oft nicht? Der ist ja komplett das Weitere. Oder? Egal, wie lange der keinen FN gezockt hat. Von oben? Ich sag ehrlich, ich glaub, das wird schwer. Sicher, dass wir hier noch sind? Fake Maxi feuer, aha. Wir sind hier genau unter. Zweiter Count am Start, oder? Ich glaub, sie sind zu Mega City weiter. Sie sind irgendwie weg. Nope. Wollen wir noch Lamy holen? Sehr viel hier bestimmt drin. Ah, Missionen und so, aber. Wenn du willst, mein Ping ist noch drauf. Kommt da jemand? Ja. Oh, oh. Er lässt mich im Stich. Warte, er fliegt weg von uns. Wir holen Lava. Wir hören das Lama, äh. Bro, was ist denn das scheiß Start? Du hast den Start in die Runde, wirklich. Äh, Mann. Hab Lamy tot? Nice. Flash, Minis. Ich hab hier noch Splash von mir. Die kann ich grad nicht mitnehmen. Und die Chuck kann. Ich glaube nicht. Auf den Splash mach ich kurz bei uns. So, mein Bester, steig ein. Mein Bester, mein Youth ist da. Ich hab nur einen Rotpunkt. Reicht. Aber ich muss sagen, wir hatten einen schrecklichen Start. Aber wir können immer noch was rausholen aus der Runde. Ich glaube auch. Das Wichtigste ist ja einfach, dass wir gewinnen. Und dass wir ganz viele Kills machen. Oben fliegt er noch. Ja, ja, ja. Hat er einen Hit. Jetzt ist der Bot tot, ne? Ne, der lebt noch. Hättet ihr uns laufen auch noch welche? Ich weiß gut, der hat euch aus. Der hat mich gesliped schon wieder. Fickst, kannst du aus Haus oder? Ja, ich geh hoch. Okay, ich komm auch hoch. Kann sein, dass du auch hier hochkommst. Junge. Ja, die kommen über außen bei mir. Fickst, brauch Hilfe? Brauch Hilfe? Jetzt, 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 jetzt. Crackt 150. Kommt noch einer. Hier Minis. Nein, ich brauch die Minis. Hier. Er ist wieder runtergefallen. Ja, ja, boah, halt, jetzt ist so viel los, ne? Ich hab nur noch 22. 20 Schutzkatz, Sturmgewehrsblicken, Monika. Man versuchen, die Bots gleich zu holen. Wenn wir, da unten ballert jemand. Hier. Wo? Haben die die Karte? Ich glaub nicht, oder? Die haben die Karte nicht. Die sind zum Boss rein, aber die haben die Karte nicht. Wollen wir hin zu denen? Was wir killen? Die haben die Karte halt nicht, ne? Ja, von mir close. Wo denn? Unter mir, genau unter mir. Hits. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Da kommt noch einer. Hits. Hab ihn? Sehr schön. Wir brauchen Green Lab gleich, ne? Ah. Hier wird noch Green Lab gerade. Wollen wir den Bot schnell holen? Äh, ja, können wir machen. Die Green Lab mit, dann können wir Bot holen von mir aus. Ich hab noch Bandage-Pannon. Ich behalte ihn noch ein bisschen. Okay. Hin rein. Aber auch Green Lab. Robert, die Kugelbaut. Nein, 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 nein. Hier wartet niemals jemand, oder? Weiß nicht. Ne, warte keiner. Okay. Ich hab gar keinen hier gerade. Die kommen. Die kommen, die kommen. Stell dir zu. Bitte mach. Ey, ich geh rein. Ich mach Green. Ich mach links. Nimm Slurp. Oder schmeiß'n die zu. Alles gut, alles gut. Fickst, ich hab Sniper. Einfach Dings, ähm, mythische Haarborg. Doch, ich hab einen Schatz. Ich hab auch einen. Ich glaub, der ist durchgezogen. Der ist noch da, der ist noch da. Harbin. Oh, let's go, let's go. Der war alleine, oder? Hat er Lila ein Schwert gehabt? Ne. Doch. Doch, hat er. Die ist Motorrad. Die könnten ich Motorrad fahren. Ja, lass Motorrad fahren. Ich hab keine AR mehr dabei, aber das ist nicht so schlimm. Okay. Mann, ein Baum steht da. Wollen wir vielleicht hochgehen? Pigs. Was denn? Are you blind? Ja, ich kann nicht mit Motorrad fahren. Das ist voll schwierig. Ich brauch Heilung. Damn. Hier ist Heilung. Ja, hau den Fisch wie rein. Die sind auf Bogen. Hast du jetzt den Brot geworfen? Ja, vielleicht kann man hier jemanden abschichten. Ja. Hier. Abgebrochen? Pigs? Sehr gut, sehr gut. Warte, 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 warte. Ich muss nachladen. Ja, Gott, das ist super low. Wir wollen pushen? Ja. Wir werden gepusht, glaub ich, von jemanden. Egal, geh drauf, geh ihn drauf. Oh, ich hab den anderen. Abgebrochen, down. Oh mein Gott, ich hab ihn gekillt. Let's go. Ich hab die Slapis bei mir. Ja, ja. Ich werd aber gepusht, glaub ich. Habst du mir gekommen? Da hinten ist irgendwelche, ne? Slap mal Schlüsse in die Richtung. Ich hab hier ODM noch. Und 5 Splashing. Die sind 5 Splash bei mir. Ich brauch ihn nicht. Ich hab hier Slaps an der Ende und so. Lass ihn fliegen. Wie keiner sich da foray da holt. Ich hab meine Perks noch gar nicht gemacht. 5 Kills haben wir schon weg. Ja, let's go. Hier unten, bei mir sind welche. Wollen wir die wohl? Ja. Aber das Smart Spiel, der ist hinter der Säule, glaub ich. Ja, der ist, glaub ich, Solo. Ja. Macht die Säule kaputt. Kills? Null Bauen könnte man auch mal bei mir probieren. Komm, wollen wir. Vielleicht bin ich einfach in Null Bauen und inzwischen die Meter. Draußen? Nein. Let's go. So schön. Lass weiter. Auch wenn sie es bestimmt jemand, weil die Laser ganzen sind halt giga strong, Alter. Geht ja immer jemand hoch, weißt du? Ja, ja, safe. Ja, da gehen welche hoch. Warte, 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 warte. Ah, ich dachte, dass wir nicht schießen. Hat einen Hit. Wir könnten die Rift bei mir. Wir laden direkt auf dem Dach. Ja, ja. Lass keiner oben. Lass mich beim Dach. 50, 70? Von wegen, keiner da, ne? Hast du ihn? Wollen, wollen, wollen. Ah, bei Nock. Der andere ist Wollen, der andere ist Wollen. Schau mir einen Bego rein. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Let's go. Schön. Junge, wie schön gemacht. Die haben noch diese Ding-Schrubb hinter. Die krasse. Ich hab Mythic die ganze Zeit. Die Haarbok. Ja, ich auch. Die Runden sind welche. Das war gerade Stats, glaub ich, bei mir, oder? 50, 70, der hat 70. Mal nett. Ich nehm einen. Leute, was meint ihr, ich schaffe mir die Runde zu holen? Wäre schon krass eigentlich, ne? Da hat jemand rebooted. Echt? Boah, wir haben schon 8 Kills, Max. Ich glaub, wir werden richtig gut eingerankt, wenn wir so spielen. Schreibt mal in die Kommentare, welchen Rank ihr habt. Naja, Gold 2, wow. Komm hier oben, komm hier oben. Ich komm hoch. Wo ist er? Unten. Track. White. Nochmal White. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice. Ist er noch? Was heißt, du wirst gesnipen? Zwei Hits auf den Sniper? Ich hab den Solo gemacht. Ja, ja. Sind finish? Ich krieg den Baum nicht drauf. Ist er Sniper? Ist er Sniper? Ist er Sniper? Ja, ja, das Sniper. Ja. Wollen wir da ein Finish holen? Nee, 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 nee. Schalt auf den. Der ist schon tot, der ist tot, ne? Ah, nice. Lass über links da auf Bergfleisch. Lass ins Sniper, oder cool. Wenn hinter uns keiner kommt, ist easy. Okay. Aber ist nicht in Zone. Da vorne sind zwei. Ja, nee, das schaffen, das zu win. Am Haus? Ja, die sind hinters Haus gelaufen. Okay. Ich schwör's euch, wenn ich einen Win geholt hätte und Platin wäre, das wär, das wär schon gewesen. Ich hätt keinen Rank mehr dieses Season gespielt. Außer vielleicht null bauen. Einer hat 100. 150, 150. Ich wär mit Platin schon zufrieden gewesen. Hast du auf die Burg gehen, oder? Ja. Ist einer oben? Ja, zwei. Komm auch. Drei. Ich bin da. Jetzt wohnen, der ist wohnen. Aber ein Down. Ab 115. Down. Oh, ich hab ihn gut. Sehr gut. Da kommen wir, ich hab ihn oben. In den letzten beiden. Hier Leute übrig, drei Teams. Hier heißt es in zwei Solos. Einer Step hier unter uns. Hier. Hat er euch hier unten bei mir? Na komm. Hab ihn abgebrochen? Ich hab schon von über 100 gegeben. Hier bei mir. Abgebrochen im Wasser. Ab in die Zone. Nice, gut job. Letzter. Maxi, 13 Kills. Bei mir ist er. Warte, ich mach's. 720. Freakshot. Nein. Let's go. Ich muss jetzt hier holen. Wie viele Kills haben wir gemacht? 15 Kills. Jeder sieht. Bro, wenn wir jetzt irgendwie so bronze angerankt werden, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Wirklich. Ja, dann ist alles vorbei. Oh mein Gott. Was bist du? Platin. Echt? Ja? Ich auch. Platin. 1 Abonnier. Aber egal. Das heißt nix. Okay, Leute. Das war's für die Video. Lass gerne einen Daumen hoch oben. Abo da. Shabbat. Victor. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja komm, ich bin... Ja komm, das war's komplett, meine Freunde. Naja, geil. Na gut, Leute, dann will ich das Video auch an der Stelle beenden. Ich hoffe, ich hat's mir gefallen. Gein Abo-Button, Unklocke aktivieren, um nix mehr zu verpassen. Geht, Daumen noch um da lassen, Leute, würde mich eben so freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, nächstes Mal kommt Teil mal wieder durch. Dann will ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag an der Stelle. Und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.